So, da bin ich wieder, euer Blaze für euch. Ich habe für euch heute mal ein kleines Tutorial, was die Soraya Questline mit der letzten Ruine betrifft. Davor haben wir halt die Scheiben gesucht, die vier Stück. Und jetzt fragt ihr euch, wo ist die letzte Ruine? Wenn ihr das genau wissen wollt, sie ist dort. Ja, wir porten uns hier hin. Wir laufen das Stück runter. Zack, kurz orientieren. Dann sind wir auch gleich dort. Das sind uns wohl wahrscheinlich die Boys hier mal kurz zerlegen. Natürlich ekelig, wenn die einer von den Grand Rocket schießt. Ah, das wird ja auch verkostet. Das ist schon echt eklig, muss ich sagen. Lass uns auch mal kurz heilen. Das ist schon echt eklig, muss ich sagen. meine Leute. Das ist ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja, das ist ja auch. Die Kuppe hochziehen mit Abara. So einer ist ja nicht sehr richtig. Die Kuppe müssen hochziehen. Und siehe da. Der siehe nicht da. So haben wir den Schatz gezogen und kommen so an den Schatz ran. Oder beziehungsweise an den drei fetten Kisten. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt mal auf den Like Button. Würde mich freuen. See you soon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.